Okay. Wieder aus dem Raketenwerfer, aber. Natürlich. Moment. Kann man kurz irgendetwas für ausrüsten, mit dem er auch in näheren Bereichen kämpfen kann? Hallo Munition! Oh ja, ich brauche die Muni hier. Diese hier brauche ich. Hm. Brauch. Ja, die ist mir wert. Ich bin verpflichtet, dir zu sagen. Ich bin verpflichtet, dir zu sagen. Das ist ein interessantes Schild. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Pio, ne? Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Oh, ich hab... Warum hab ich ne Glasmod für ein Ganserge aufgehoben? Wer weiß. Kann ich nicht. Schildkapazität plus 142, Schildarek Schminkert plus 18. Äh, brauche ich nichts. Brauche ich nicht. Okay, verkaufe ich. Ich hab ein Superschild. Ich brauche nichts für Schilde. Ich hab ne Superclass-Mod. Wie du meinst. Bei Ratte, Kreet und so. Ist mir wichtiger. Na, Entschuldigung. Cool Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Ich hab so'n Schild mit Schocknova, den ich immer nicht ganz verstehe, aber der eigentlich gar nicht so unpraktisch ist. Wieso Nova ist? Wenn dein Schild leer ist, mach's einmal bumm. Okay. Ich bleib lieber bei meinen Spike-Schilden. Wollte mich grad überlegen, ob ich nicht ein Spike-Schild kaufe, was ich hier kaufen kann, weil das gut sein könnte. Äh, ich hab noch ein Spike-Schild. Ich will sowas von unbedingt wieder aufsteigen jetzt. Feier Spikes. Alles gut. Wie hieß dieses Schild denn? Ich schmeiß sie gleich raus, Sekunde. Da. Ja. Wollte mich, der ist da. Na, das ist recht schwach. Ich hab mir grad das gekauft, das ist schon besser. Okay. Kannst du das gerne wieder haben und verkaufen, wenn du magst. Du kannst auch selber machen grad. Was ist das denn schönes? Ach ne, ich hab diesen Absorptions-Schild gekauft. Egal, der ist trotzdem besser. Um einiges. Ein Schild, den ich jetzt habe, hat immer noch 286. Du bist geimpft. Wenn du denkst, dann denk an Markus' Munition. Schalt sie aus. Ah, das kriege ich wieder hin. Waffeln wechseln. Waffeln wechseln. Was für schreien. Ja, wir kommen. Es ist ja leid. Kann nichts dafür. Doch, du kannst da was für. Nein, ich muss Munition nachladen. ... nachladen... generieren quasi. Aber vielleicht nicht unbedingt mit der Waffe da. Hm? Aber vielleicht nicht unbedingt mit der Waffe da. Ich hab nur diese beiden Schrottflinten. Und Raketenwerfer. Und für die Schrottflinten generiere ich Munition nach, indem ich die... ...Superfähigkeit einsetze. Jaja, ist gut. Da muss ich keine Munition kaufen. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. So, ich finde den gepantern bei morgen. Wo hab ich die Munition dahin? Ist ein Sniper? Okay. Naja, gut, dann... Dann halt so. Die Munition, sag ich hier noch. Generieren und uns damit auf jeden Fall gehen. Ja, ich hab... Jede Menge... Hab... Also... Potenzielle Munition hab ich jetzt ziemlich viel. Weil ich mir mehrere von diesen... Roboterzeige Roboter. Dann mehr von diesen. Robo Fight Club. Jo. 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 Woi, Explosionen. Jo. So. Jo. Just. Fröhnt. Jo. Boi. Ach, Treibssicherheit ist sowieso überschätzt. Ah, dreckige EMPs. Völlig dreckige EMPs. Hi. Weiß schon, aber es geht nicht. Ah, das hat eh nicht funktioniert. Holy fuck. Komm weg hier. Nice. Spielt irgendwas aufkommen, was nichts für mich ist, oder? Hebe es nicht sofort auf. Ja, sorry, das macht mal so im Vorbeilaufen. Was war das? Da ist es wieder. Äh, ein Raketen. Die kommen immer wieder. Reparaturbot. Ja, aber die kommen immer wieder. Der kommt nicht mehr lange wieder. Sie versteht nicht, was ich sagen wollte. Boom. Ja, ich weiß. Ich hab den Reparaturbot aber weggeknallt. Waffenwechsel? Hm, Waffenwechsel. Waffe. Waffe. Muss ich mir jetzt genauer ansehen, sorry. Okay. Freut mich, wie er damit wegschnappt. Naja, naja. Heilige Scheiße. Was denn? Das ist ein Raketenwerfer, der drei Raketen auf einmal schießt, wie es scheint. Oh. Okay. Würde Jack den Kammerschlüssel wirklich schützen? Moment, ich schieße mal einen Moment. Hab ja genug. Achtung. Ja. Ja, das sind drei Einzelgeschosse. Die jeweils 700 Schaden machen. Null. Er würde ihn von Wilhelm bewachen lassen. Komisch. Ist das Wilhelm? Alles gut. Granate regelt. Ich hab auch meine Granate reingeschmissen. Wo ist nicht? Und ich muss auch noch eine rein. Alle Granaten. Alles kein Problem. Und meinen geilen neuen Raketenwerfer. Wo rennt der hin? Na, Spaß haben. Dieser Raketenwerfer ist so OP stark, ne? Oh, fuck. Ich helf dir. Moment. Äh. Das wird wieder. Das wird wieder. Ich helf dir. 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 Ah, okay. Schmeiß mich nicht ab und runter. Kein Thema. Ja, dann geh ich wieder zurück auf meinen... ... auf meinen Raketenwerfer. Moment. Nochmal nachladen. Komm. Oh, die schrotzen raus. Immer einen Flash. Komm, wir bringen den hin. Ja, ich hab jetzt gerade einfach mal die... Ah, shit. Das wird. Das wird. Bist du klar? Jaaaa. Sehr schön. Ich hab mein Scheiß Will im Gequillet, ey. Willow hat ein Energiekern verabschiedet. Schnapp ihn dir. Leut meinen Sensoren ist doch einzigartig. Wenn du ihn Roland bringst, müssen die Schilde von Sanctuary vielleicht... Wow, so ein Energiekern habe ich noch nie gesehen. Der, den du von Ulis hast, ist fast ausgebrannt. Warum bringst du ihn nicht her? Den Kammer-Schlüssel habt ihr vielleicht nicht gefunden, aber wir wissen... Ich schau mir jetzt erstmal kurz die Waffen an, die ich gefunden hab. Sorry, eine falsche Info. Ich dachte wirklich der Kammer-Schlüssel wäre in dem Zug. Nächstes Mal mach ich das wieder gut. Ich bin in Sanctuary. Die Biers gehen auf mich. Was meinst du, Bloodwing? Ist das Heilungszeug? Eine Klippes Heilung. Für Corby. Wo ist die Klippe? Welche Klippe meinst du? Da hängt irgendwo. Ah, da. Erstmal kurz die Waffe testen, die ich gerade gewonnen hab. Welche Klippe meinst du? Okay, das ist immerhin ein MG. Ich test das einfach mal. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Jo. Alter, diese Raketenwerfer, ne? Hm. Hast du jetzt eigentlich auch einen, oder nicht? Ich hab deinen. Ah, willst du jetzt meinen haben? Ja, warum nicht? Der ist, der ist ein bisschen besser als dein, Alter. Das ist... Der da. Ah. Okay. Ich kann die Waffen eh mal rausschmeißen, wenn noch jemand irgendwie... Sieht interessant aus. Irgendwie ziemlich Holzoptik. Hm. Konstantin, willst du vielleicht noch... ...die Redewaffe ein zweites Mal? Oh ja. Das wär lustig. Das wäre grausam für meine Ohren, aber ich brauche sie einfach jetzt nicht mehr gerade. Wart mal. Das ist die Adder. Die theoretisch zweimal nehme. Ob der doppelt redet? Das wär interessant. Schalt sie aus. Moment, ist jetzt gleich aufgeladen. Gute Entscheidung. So. Jetzt quatschen auf jeden Fall meine beiden Waffen. Schalt sie aus. Gute Entscheidung. Fürchte ich nervig. Ja, die reden doppelt. Dann schießen sie nicht weiter. Das ist das geil. So verdammt nochmal nervtötend. Aber meine Waffe sieht richtig cool aus, finde ich. Jo, hat was. Die hat Feuer, meine Güte. Da kommt Feuer raus an der Seite. Oh, die sind aber ein bisschen unterschiedlich, ne? Ja, ja. Ja, sind immer. Praktische und Refaktoren. Leicht randomisiert. Die Waffen sind insofern praktisch, dass ich die 570 Munition, die ich dafür habe, immer raus schießen kann. Weil die einfachen Magazin von 138 hat. End of the line. Nettere Ort. Jo. Eine leere Kiste in der offene. Dann reißen wir zurück. Jo. Konz, du bist noch an der Menü. Ja. Sekunde. Boise. Mhhh. Bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Boise. Stille. Wir hätten den echten Schild umarbeiten sollen, ey. Das hätte auch gequatscht, glaube ich. Du hast bewiesen, dass du noch stärker bist als sie. Gut gemacht. Abschluss, ja, wo abschließen? Weiß nicht, da hinten ist so'n kleiner Punkt, aber der ist wahrscheinlich für neben Chris, oder? Weil der führt wieder raus, oder? Ne, der... Dürfe das sein, jo. Ach ja, wir sollen den Kern ja abgeben. Ja, stimmt. Ahhhh. Würdest du bitte, wenn du gerade nicht beide Waffen um den Raketenwerfer ausrüsten, vielen Dank. Okay. Du brauchst und verlang ich meine Waffe nämlich zurück. Das ist jetzt voll witzig. Dann kannst du lila eine Shotgun dafür haben, aber die kriegst du garantiert nicht zurück, die quatschen über Waffe. Ein Vitalitätsartefakt, nice. Das ist fast ausgebrannt. Nehm ihn einfach raus. Jetzt ram den Kern fester rein als ein Messer in der Trachsikana Brust. Sorry, alter Crimson Lancefrau. Okay, ich schätze, wir sind im Gesch... Was zum Teufel? Ich glaube, es wird langsam Zeit, dir mein kleines Geheimnis zu verraten. Angel arbeitet für mich. Deaktiviere Sanctuary's Schilder, Jack. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Das ist keine Energiekarte! Reiner! Die Schilder sind unten! Die Schilder! Aaaaah! So, jetzt killen wir ein paar Kammerjäger! Verdammt, was ist los? Was? Was? Der Schilder ist unten, Roland! Oh man, los! Bringt jemand die Schilder in den Untergrund! Hey Leute, ich hab ne richtig schlechte Idee! Scooter, bring Sanctuary in die Luft! Roland, besorg mir Eridium! Okay, wir sollten vielleicht reingehen. Nicht klappen! Da sollten alle dabei draufgehen! Die Stadt kann doch nicht fliegen, Lilly! Du hast deine Befehle, Scooter! Los! Oh! Oh! Jetzt! Der ist grad explodiert! Das sind... Da kommen Schüsse von oben, ja. Au! Naja, wenigstens haben wir keine Boden truppen. Hi, Lilith! Soll ich dir helfen? Ich bin auch eine... Fee. Nein, ich glaub wir sollten einfach hier hingehen. Okay. Wenn wir die Schilder neu starten, dann... Verdammt! Irgendwas wird's schon bringen! Okay. Flatsch! Na klar. Au! Das ist Request-Trend zufällig. Jajajaja. Äh, dahin. Mach er schon! Ich komm trotzdem mit. Okay, den hier hab ich! Du musst nur noch den letzten Schalter aktivieren! Okay. Bin ich bei. Oh! Okay, wir sind soweit! Alle Mann bereithalten! Jetzt bin ich gespannt. Es ist eher erstaunlich, dass das Teil überhaupt noch... ...keine riesen Löcher überall hat. Hm. Sanctuary! Okay. Ah! Wurde dreimal! Du bist zu Roland! Beweg dich oder wir sind tot! Hä, darum. Du hast von so gemeinsamen Zugfahrt nur überlebt, weil ich das wollte. Vor fünf Jahren haffneten Roland und seine Freunde die Kammer, weil Angel und ich sie reingelegt und dazu gebracht haben. Alles, was ihr Kammerjäger je hingemacht hat, mach dir keine Sorgen um mich. Nimm so viel Eridium, wie du tragen kannst. Und bring es zu, Lille! Yo. Abs. Haben wir alles? Ich brauche es! Geh zur Ortsmitte! Hi! Das hat sich ein bisschen was verändert, glaube ich. Mhm. Ich hab das bisher nicht versucht. Halt dich lieber irgendwo fest. Nein, du bist nicht so viel besser als wir. Ich bin auch eine Sirene, weißt du das? Ah, Splendid. Das ist gut, Kauhi. Ey, was? Ich bin sorry, das war keine Absicht. Aber wir sehen uns auf der anderen Seite, verstanden? Gib Gas, Scooter! Okay. What the fuck sind wir? Haha, Mann, das ist eine gewisse Momente! Da hinten hebt sich jetzt das Ding. Alter! Halt! Krasse Scheiße. Da gehen immer noch Schüsse drauf, so ist nicht, aber... Mhm. Vor allem, das wird alles von Lillith gerade gemacht, kann das sein? Ja. Ziemlich. Im ersten Teil konnte man die noch spielen, was ist mit der passiert? Pff. Was glaubt ihr Penner sonst noch zu besitzen, das euch dabei helfen könnte, eine Chance die Luft zu haben? Äh, echt jetzt? Tagchen! What the fuck? Tschüss. Jo. Passt. Krass, echt. Ich weiß, dass du gerade sauer auf mich bist, aber wir haben nicht viel Zeit. Ich erkläre dir alles. Gehe einfach zu The Fridge. Das ist der einzige Weg in die Highlands. Lilith hat deine Stadt vielleicht gefasst. Ne, sie hat sie nur unsichtbar gemacht, weißt du? Dö. Sorry, aber das sind so Aussagen. Vor allem die Augen. Mal veranschchauen und mich gruselig, ne? Ja. Ja, Gott, aktivier. Ja, Gott. Ja, Gott. Aber hey, wenn... Aber auf laufend, es ist ein Menü. Wie jedes Mal. Nur den letzten zweimal. Auf jeden Fall nicht klar, dass Angel irgendwie nicht ganz ganz toll ist. Ja. Keine Frage. Boah, nö. War irgendwie schon zu sehen.